In der schnelllebigen Medienlandschaft von heute ist die Nachfrage nach Nachrichten und Informationen größer denn je. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien wird von Fernsehredaktionen erwartet, dass sie neben der traditionellen TV-Ausstrahlung auch Inhalte für mehrere Plattformen erstellen. Dies stellt eine große Herausforderung für journalistische Teams dar, da sie nicht nur qualitativ hochwertige Inhalte produzieren, sondern diese auch für die spezifischen Anforderungen der einzelnen Plattformen abstimmen müssen. Dies bedeutet häufig, dass verschiedene Tools und unterschiedliche Teams zum Einsatz kommen und dass die Arbeitsabläufe ineffizient sind. Media Central Publisher geht genau auf diese Anforderungen ein und bietet Redaktionen die Möglichkeit, Inhalte für mehrere Plattformen effizient zu produzieren. Diese Inhalte können in den sozialen Medien oder online veröffentlicht werden. Media Central Publisher kann TV-Redaktionen dabei helfen, die Zahl ihrer Zuschauer zu erhöhen und deren Einbindung zu verbessern, indem sie auf neue Weise mit den Zuschauern in Kontakt treten. Als Teil des story-zentrischen Ansatzes in der Nachrichtenproduktion von Abbott ermöglicht Media Central Publisher den Redaktionen einen strategischeren Ansatz für die Erstellung von Multiplattform-Inhalten, die Optimierung von Produktionsprozessen und die Gewährleistung einer konsistenten Qualität auf allen Plattformen. Die wachsende Nachfrage nach plattformübergreifenden Inhalten stellt TV-Redaktionen vor große Herausforderungen. Entdecken Sie die Vorteile, die Media Central Publisher für die effiziente und effektive Produktion von Inhalten bietet, um die Zuschauerreichweite und die Einnahmen zu steigern.